Mein Name ist Angelika, ich bin medizinische Fachangestellte bei Asklepios. Meine Aufgaben sind Patienten anzunehmen, Telefonate anzunehmen, Termine zu vereinbaren und mich um die Abrechnung zu kümmern. Mir macht meine Arbeit Spaß, da sie sehr abwechslungsreich ist und ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Mir gefällt Asklepios, da hier eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht und obwohl wir hier unterschiedliche Praxen haben, helfen wir uns einander. Wenn du bei Asklepios als MFA arbeiten möchtest, solltest du Folgendes mitbringen. Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und die Freude am Menschen zu arbeiten.